Die Nachrichten von SRF um 5 mit Dominik Rolli. Dann liegt wieder verbreitet, teils hartnäckiger Hochnebel. In den Bergen wird es sonnig. Kino, Restaurant, Fitnesscenter. Am Montag müssen Ungeimpfte vielerorts draussen bleiben. Zutritt gibt es nur noch mit 2G, also für Geimpfte und Genesene. Mit dieser und weiteren Massnahmen reagiert der Bundesrat auf die angespannte Lage in den Spitälern und die neue Corona-Variante Omikron. Doch wie viel die Massnahmen tatsächlich bringen werden, ist ungewiss, vor allem wegen Omikron, erklärt die Virologin Isabella Eckerle von der Universität Genf. Es gab zum Beispiel jetzt einen ganz interessanten Fallbericht von einer Weihnachtsfeier in Oslo. Da war eben die Mehrzahl der Leute geimpft und die hatten auch alle vorher einen Test gemacht. Trotzdem gab es eigentlich so ein super Spreading-Event mit Omikron. Ich glaube, dass das mit dem 2G oder dem 2G Plus uns wahrscheinlich nicht viel helfen wird in der Omikron-Welle. Das Problem an der Omikron-Variante sei vor allem, dass sie sich viel schneller ausbreite. Sodass einfach sehr, sehr viele Menschen in kurzer Zeit krank werden, was dann nicht nur dazu führt, dass es eben viele Patienten in den Krankenhäusern gibt. Und die Krankenhäuser, die sind ja im Moment jetzt noch durch die Delta-Welle beansprucht, sondern dass wahrscheinlich auch viele Menschen einfach in vielen Bereichen ausfallen werden, weil die einfach krank sind und zu Hause sind. Gemäss Mitteilung der Weltgesundheitsorganisation von heute verdoppeln sich die Fallzahlen alle anderthalb bis drei Tage in jenen Ländern, in denen sich die Omikron-Variante ausbreitet. Ein Land, das bereits viele Omikron-Fälle verzeichnet, ist Grossbritannien. Dort steigt die Zahl der gemeldeten Fälle tatsächlich sprunghaft an. Heute meldeten die Behörden in London rund 25'000 neue Fälle mit der Omikron-Variante. Das sind gut 10'000 mehr als gestern. Wegen der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante warnen nun britische Medizinerinnen und Mediziner vor massiven Personalausfällen in den Spitälern über die Feiertage. Würden die Massnahmen gegen das Coronavirus nicht verschärft, sagen sie, dann könnten bis zu 10% der Beschäftigten im nationalen Gesundheitsdienst ausfallen, meldet die Zeitung Guardian. In Frankreich warnt das wissenschaftliche Corona-Beratungsgremium vor steigenden Ansteckungszahlen bei den bevorstehenden Silvesterfeiern. Deshalb müsse die Politik verschärfte Massnahmen ergreifen, schreibt das Gremium. Auch Ausgangsbeschränkungen könnten nötig werden. In der Hauptstadt Paris hat das Stadtpräsidium das grosse Feuerwerk und Konzerte für Silvester abgesagt. In Afghanistan haben die Taliban erneut angekündigt, sie würden nun damit beginnen, Bürgern neue Pässe auszustellen. Morgen Sonntag würden in drei Regionen, darunter auch in der Hauptstadt Kabul, erste Pässe ausgestellt, zitiert die französische Nachrichtenagentur Agence France-Presse, einen Behördenvertreter. Allerdings, die Taliban-Führer hatten dies bereits im Oktober ein erstes Mal angekündigt. Die Passausgabe ist vor allem für Menschen wichtig, die Afghanistan gerne verlassen würden. Bisher ist dies nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Im Zusammenhang mit Boykott-Aufrufen zu den Olympischen Winterspielen in Peking sieht sich das Internationale Olympische Komitee weiterhin nichts in der Verantwortung. J.C.-Präsident Thomas Bach hat gegenüber der ARD die strikte Trennung von Politik und Sport bekräftigt. Laut Bach steht das Olympische Komitee etwa dafür ein, dass Athletinnen und Athleten nicht diskriminiert werden und Olympiateilnehmende frei ihre Meinung äussern können. Für rein politische Fragen sei man aber nicht zuständig. Dass die politischen Fragen nicht durch das IOC adressiert werden können, ist, glaube ich, jedem neutralen Beobachter klar. Das IOC oder die Olympischen Spiele können nicht die politischen Probleme lösen, die Generationen von Politikern bisher nicht lösen konnten. Die Winterspiele in Peking finden im Februar statt. Mehrere Länder haben bereits beschlossen, keine politische Delegation nach China zu schicken. Zum Sport, zum Skialpin und hier fielen heute zwei Personen auf. Der Schweizer Nils Hintermann und die Italienerin Sofia Goccia. Im italienischen Val Gardena fährt Nils Hintermann erstmals aufs Abfahrtspodest. Der 26-jährige Zürcher wurde Dritter hinter dem US-Amerikaner Bryce Bennett und Ottmar Striedinger aus Österreich. Bert Feutz fuhr auf Rang 5. Und bei der Abfahrt der Frauen in Val d'Isère hat Sofia Goccia auch die dritte Abfahrt der Saison gewonnen, fuhr der US-Amerikanerin Breezy Johnson und Miriam Puchner aus Österreich. Beste Schweizerin wurde Corinne Sutter auf Rang 6, Michelle Gisin wurde zehnte. Das Wetter. Morgen geht es in den Bergen sonnig weiter. Über dem Flachland liegt verbreitet Hochnebel, der sich nur zum Teil auflockert. Die Höchstwerte liegen im Norden zwischen 2 und 6 Grad. Im Süden gibt es viel Sonne bei bis zu 10 Grad. Das waren die Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Christoph Studer.